ja willkommen mein name ist der die ralp und begrüße euch zurück zur let's play tales of christmas im finale vom future arc wir haben ja einmal schön herum kreis und die vorderer königin erledigt und ja was passiert als nächstes wir werden es jetzt sehen wandeln sonst cool ja 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 Asma! Arrgh! W... Where are we? Willkommen. Wir sind in der Bewusstseinschaft von Fodra. Asbel? Nein, ich bin Lambda. Wo ist Asbel? At ease, Protos Hase. No need to rush to conclusions. He is still alive. Unfortunately, even with my ability, I was unable to absorb all of Fodra. However, it did not end in failure. I was able to capture her heart, the part of her overrun by hate. The core should now return to normal, and in time regain its composure. Considering the way things ended, it may have been Fodra's own will to protect what precious life remains here. For now, I think it's best if I try to speak with her. Who? With the heart of Fodra, her animosity continues to swirl within me. I hope to understand her hatred, to melt it away, and eventually change it into trust. Who knows how long it may take. This could last a century or two, but we have the luxury of time. That's so long. Does that mean that you will be alone all that time? I no longer consider myself alone in this world. Not with a friend who can live forever. Me? Watch over me as time goes by, Protos Hase. Please, watch over my progress. I will start dreaming, together with Fodra. In that dream, I hope that eventually we may form a kind of common understanding. Just as this man did for me. When we finally wake up, I think I would like to accompany her on a long journey. And see the world. Now the time has come. I shall return as well to you. Also, have we won? Asbel! Sofie... Landa... He said he was going to dream with Fodra. Yeah. That's what I heard. Asbel... Are you okay? Yeah. I think so. Why are you crying? From this point on... I... must fight... alone... all by myself... against the humans... that would destroy us. You don't have to fight anymore. Everyone here... Understands just how you feel. Please believe me. Your dream will live on. It will be treasured and passed down... among their children. Come with me and we can watch over them. You and I together. Together. Together? I think... I'm... out of time... now. How... Will you... Take what's... left of me... with you... please... take my feelings... and my hopes... for this world... let it know... how I felt... Little... clean... Huh... Sophie! Sophie! You're... you're crying... The little queen gave me... all of her tears... When Fodra is green once again... let's come back to see it. Together. Together. Again. Together. Again. Everyone. Let's go home. To Afinia. Yeah! Oh, is that schön? Oh, yeah. Da sind wir gerade gewesen. Eindeutig. Pascal. Are you sure you want to be dropped off here? Heck yeah! I want some time to take a look around the city. You're going to investigate and see how the new volcano system is working. Is that correct? Uh-huh. You got it. It would be totally irresponsible not to follow up. I know we take it for granted, but Pascal is really amazing. Mm-hmm. That's right, and don't you forget it. Keep those compliments coming. Ahem. Aren't you forgetting something, little sister? Huh? Aurier, you came to see me. See you? Yeah, right. I can smell you from a mile away. How many days has it been since your last bath? I kinda forgot. No, I give up. I refuse to look after you anymore. Anyone want to take a stray cat off my hands? Hey, let me go! Sorry, but I am more of a dog person, actually. Meow. Better scrub her down, just like you would a stray cat. Meow. Go easy on me, okay? Meow. Meow. You don't need my help to take a bath. Geez, little bro. You're scarier than four of you. Okay, ich finde nur noch die letzten vier Buchstaben. Das ist auch ein Glück für mich. Danke für alles, Kapitän Malick. Du auch, Pascal. Glückwunsch, alle. Bis zum nächsten Mal. Das hat gerade noch gefehlt. Bis zum nächsten Mal. 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 in the strangest of ways how are they alike don't worry you'll understand someday sharia yes your relief work has been invaluable to us however i wouldn't want you to lose sight of your own happiness it would be most tragic if an angel of joy such as yourself decided to abandon her own contentment and besides your happiness is sophie and asbel's happiness as well thank you richard i just wouldn't feel right if i moved on and left you behind i don't know you kind of sound like a sore loser tell her how you feel if you don't want to end up being a total loser fashion well all right then i think that's my cue to leave wo auch immer diese profis kam dann geht es jetzt nach barona nehme ich an thank goodness you're safe my lord i apologize for making you worry this latest excursion reminded me all the more of how precious piece is i want to build a future for windor for a finia and for fodra there is more than enough prosperity to go around now but i still have much to learn before i make that dream a reality when peace is restored i'd like to see more of the world asbel sofi when that time comes will you accompany me on that journey of course sure you know it whenever you're ready we can all meet once again at lawn hill okay all right i must be off thank you for everything well i suppose i should get back to my relief work oh yeah right good luck out there well bye asbel what about your promise sharia i know i'm always really bad with words but please if it's okay with you i want you to come live with me i know you have a lot of things to do so i won't ask you to come back immediately i'll be the one waiting for you to come back home this time sofi and i will wait for as long as it takes asbel sofi and i can't wait for you to come back to my house sharia last night i had the strangest dream i was playing with a child that looked a lot like both of you and after a while i finally figured out who he was he was you and asbel's great great grandson tell me sophie would you be happy if that dream came true will it come true well it just might i would be so happy if that really came true that's good sophie asbel when i come home i'm gonna make you all of your favorite foods but only if you promise to eat everything up deal tat and that's that's the right j t coul er mögliche sapien für jeden mann und frau jedermann wollte ich ja sagen und nun aha und jetzt kommt der bestimmt die mir schon mal gesehen haben irgendwann vor 50 parts oder so keine ahnung aber mit anderen bildern ja okay macht natürlich sinn ja das kann ich eigentlich genau das gleiche sagen wie beim letzten mal und zwar hat das das als meine absoluten links spiel ist und keine ahnung wie schon ich gehe jetzt nicht normal durch das ganze was ich im letzten part gesagt habe im letzten finale in den dingen und ja mir ist gerade aufgefallen seit das spiel rausgekommen ist weil ich es irgendwie immer durchgehend am spielen also 2010 oder so ne keine ahnung erst spiel ich glaube zweites spiel ich glaube und zwar da ist habe ich so ein zwei jahre oder so gespielt und dann hat letztlich da hat er auch schon vor anderthalb jahr ungefähr angefangen haben wieder auch durchgehend und ja ich habe verdammt viel zeit damit verbracht deswegen bin ich auch ein bisschen froh wenn ich mit dem spiel komplett durch bin und dann okay nicht erlöst werde aber es auch mal zum ende bringen kann nach einer ganzen weile und ja wir sind noch nicht fertig das habe ich im letzten part habe ich gesagt nicht in diesen in diesem part haben wir nur in enden gemacht und so genau hat nein nicht das bild okay das bild vielleicht sehr schön jedenfalls letzte folge habe ja gesagt dass selbst nach diesem partie das projekt immer noch nicht zu ende sein wird aber ich weiß nicht genau wie ich das angehen werde ja natürlich und das kommt endlich abad ich weiß aber nicht was von der reinfolge ich das machen werde ich habe mich vorgenommen noch die ganzen nebenquests die mir im main art noch fehlen nachzuholen sind so ein zwei titel noch hier oder so kleinen questes gibt es und sowas alles die mir noch fehlen und ja die werde ich wahrscheinlich nach diesem part machen und danach werde ich versuchen kann ich jetzt noch nicht so verraten für die die das spiel kennen die werden wahrscheinlich wissen was ich meine aber jedenfalls werde ich erst die ganzen titel einheimsen und aufnehmen wahrscheinlich noch mal zurück zum future art gehen mich da ein bisschen hoch trainieren wieder obwohl ich glaube das dass er dies mache jetzt folge werden auf jeden fall nebenquests wieder folgen die restlichen vom main art die ich bis dahin machen kann deswegen ja mehr weiß ich jetzt noch nicht wie ich das anstellen werde wenn ich mich irre dann kommt es noch was Vielen Dank. 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 Vielen Dank.